Wie die ohne Helm? Vor allen Dingen hier zwischen die Läden, das finde ich noch viel Scherz. Ja, das stimmt. Die Leute haben da rumlaufen, die hätten erst aufbauchen. Da war eh mit so einem Ausschluss, da ging es über die Helme gestrauschen. Nein, nein. Ehe noch auf die Hex spielen. Das geht nicht. Ich habe die Antwort. Ich bin mal papier. Das wäre das. Danke.